Hallo Leute! Willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal. Da werde ich ein bisschen leise reden, aber nicht mit der Kamera. Wie süß. Warte. Nein. Ja, die haben eine 2443. Wie ich im letzten Video gesagt habe, im Formel 1 Z-Rennen, habe ich erzählt, dass ich dann ein Rennen mache gegen Computern, weil ich bin, ich habe gesagt, ich weiß, das war halt mal was. Sebastian Vettel beim Zeltrennen, dann habe ich gesagt, ja, also erstmal Japan, Chile, Belgien. Das war meine Zeltrennstrecke und dort habe ich auch gesagt, wenn ich noch einmal die Wand ramme, muss ich ein Rennen gegen Computer fahren. Die Einblendung. Ne. Oh, das war ein bisschen krass. Steht da. Oh, was? Warum? Oh nein. Oh nein. Ey, ich habe... Ich habe wirklich kein Auto fahren. Ey. Kann ich das retten? Das hat wir getan. Und wie? Oh. Ja, voll recht geschissen. Shit, Alter. Zweimal gegen Knall. Zweimal. Mann, Schöpfer. Was? Ist das so von ruhig jetzt? Ist das jetzt? Wie spät wir es haben? Ähm, ja. Ernsthaft? Was? Mann. Jetzt. 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 Nee, okay. Ja, also wir haben... Hä? Nein! Ich habe... Ich habe gar nichts gemacht. Hallo. Leute. Leute. Hä? Hallo. Hallo. Nein, 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 nein. Hä? 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 What the fuck? Ja. Oh. Oh, welcher Platz? What the fuck welcher Platz bin ich? Ja, hallo. Kein geiles machen. Da jetzt. Bin. Oh. Das ist so geil. Irgendeine Reifen schon. Oh. Louis Hamilton. Oh Gott, Digga. Fahr. Alter, war gerade so nah hinter mir dran. Also wenn du fragst, ist jetzt alle... Computern, also online... Dauert es hier so lange zu laden? Muss mich das jetzt auch nicht... Machen. Jo, wieso schon jetzt mein 310? Digga. Zuerst mal bremst ich ab. Hier war's noch nicht einer. Ei, ei. Da war bremst ich... Wann bremst ich ab? Ich hab kurz auf die Bremse gedrückt, gerade umsonst nicht. Ich hab kurz auf die Bremse gedrückt, gerade umsonst nicht. Ja. Ja. Oh Gott, Digga. Dein Grund. Plätze... 3 bin ich von 24. Alter. Na. Uiuiui, Digga. Ich hab nur den Fall gesehen und dann auf einmal war er da. Hi Bro. Achim. Ich bin mal Nachim. Oh nein. Was? Was? Wie heißt der? Egal. Egal. Machen. Ja ne, ist klar ne. Wenn du fragst, ist es automatisch durchbrennen, wenn ich wirklich schon endlich in die Wand geknallt. Nein, 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 oh shit. Ein Unfallplatz, der letzten Tag, was ist das denn, kacke, oh shit, was war mit ihm los, weg da, oh shit, sorry, oh shit, ich hab sie voll weg gedreht, sorry, oh. Platz 24, der ist einer raus, lol, oh, das war, Mist, nein, ja, klappen wir unser Reitscore, 300 Zimmer und besser unser, wow, ich hab abgezogen, guck was an, ich hab keine Stoffel bekommen, ich hab wirklich keine Stoffel bekommen, öh, wie, schön, aber, oh, alter, dicker, hallo, hä, 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 ich stecke dichweignf, wie, hör auf, schauch, hör auf, schauch, die geräte nur anhört die anderen ja ja nee ist klar hallo sie passen also schlecht als zu passieren vielleicht zu schlecht alter oder bin ich das ja bin ich es geht auch alter ja 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 nicht sicher dass ich so leicht lenken Hat sie sich gerade gesehen? Hä? Achso! Wow, lol! Oh! Interessant! Wuhu! Gell, Digga Ich hab eine Video gefürftet Wow Eine Minute schon Abstand bei mir eine Minute Aber Was passiert, wenn ich jetzt die letzte Runde der Akkanzung nehme? Ich geh gerne Strafe Hab ich verloren? Oh Gott, wo kommt der jetzt ab? Oh Gott! Der hat mit meinem Winterrad getroffen Und der fliegt komplett nach Afrika hin Alter! Oh nein, nicht diese Wand Ich hab nur die letzte Runde zweimal geknallt, Alter! Oh, das war ein bisschen krass! Ey, ich will doch wirklich kein Auto fahren! Ich dürfte... Ich will... Ich... ...er hat ja irgendwie eine Handbrenze da hat ja nicht vielleicht so ist die gangen stellen jetzt auch ja ja und ich glaube ich nur wenn er losfährt also hat ziemlich schnell losgefahren ist ein turbo ich kann sie ich bin schon schlimm what the hey nein 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 oh nein ernsthaft vor dem Ziel oh shit digger etwa nie mehr mit zu Wasser im Viertel im Viertel lol digger Alter schönes Rennen Wismut äh Wismut das ist mein letztes Mal nehmen das ist die Formel 1 für letztes Mal nehmen ich nehme noch Dinge für ein deutscher vor allem fahren ehrlich zu ja los ach stimmt mal kurz mehr warte mal die 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 was ist das hier äh what the fuck ja du das ist die 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 Ist das? Komm an! Wo wollen wir dich? Seht das? Ja, ne. Nice! Die Tür, Tür. Ich habe einfach... Oh ne! Ist das? Ja! Es ist da! Ja! Vor meinem letzten Video! Reifen! Äh... Kriegen? Jaaa... Wie... Wie in dem letzten Video... Ich hab ihn doch ganz hoch geschalten! Oh! Was ist denn durch, Alter? 350 so easy wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen wie warte mal ok 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 oha ja 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 ach 16 ernsthaft oha die oh gott jungen ich habe schon eine freundin ich habe eine freundin und was oh shit digger dring den anderen weg ne ernsthaft was mach ich was hab ich gemacht ich hab schon eine freundin komm mal weiter kurz digger ist nicht mehr normal da sieht doch mega geil aus da drüben ich will einfach nicht kuscheln leute weil ich ich habe schon eine freundin wenn sie als alina check mal ihren kanal aha aber ich zieh ich habe erste strafe oh ach man weil ich habe schon eine freundin das alina die ist 13 jahre alt 12 jahre alt und ja ich bin zufrieden mit sie und ich bin verdächtend dass ich auf jeden Fall nicht gold oder vielleicht ich frage sie mal ob ich einen bild von sie einblenden darf wenn er dann ich frage sie erstmal sie will sich nicht sie darf sich nicht zeigen und ey hallo sie hat sie hat einen youtube kanal aber sie hat mit maske sie hat mit maske sie tragt da maske und deswegen frage ich sie erstmal ob sie ob ich es darf oh gott oh gott oh shit oh mein gott weiter 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 nein ich sehe schon zwei pfeile hallo verarschen und ich habe sie gefragt mal aus spaß wie groß sie ist 1,15 m wie groß bin ich? 1,66m profound ja genau wieso überhol mich alle sofort oh nein darf ich kurz in wo ist das ... 16ACE wunderbar du musst dein clever punkt oh mein gott oh shit zu gut zu gut zu gut zu gut was ist das denn ja mega habe ich eine straffe haufe man hey das ist doch wirklich sehr unfassbar so eine scheiße digga nein 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 ja ich kuschel mit es ist mir egal tschüss das 23 also eine macke die letzte versuch aber leute aber überhören sie mich gleich an sofort hat irgendwas stimmt aha digga stimmt von einer zweiten turbo oh mein gott ok ich bin schon jetzt auf 200 stimmt deswegen überhören sie mich alle weise gleich den turbo weil ich habe die nehmen immer den turbo das nicht überhören sie mich zu schnell einer will oh digga hat oh gott der hat so kammer gekriegt also der wollte mich weg weg schleudern ja ok das computer war trotzdem kammer das ist immer der dägelber flink hä digga ist mal auf 300 oh gott oh gott und wuhu ja schön ne ok da gibt ein fleck jetzt vor mir nee haben wir gerade einen schlag gemacht also wir haben gerade fünf gegeben gib mir fünf ja ne ich lege ich lege ich lege Ich hab wieder die Stelle gesehen und dachte mir so, mach ich da wieder mal rüber, da wieder gehören. Ey, hallo. Ey, ja, nee, ist klar, ne. Ey, ey, ich pass nicht einmal auf, bin in die Wunderbankenbahn. Hä? Oh nein. Aua. Gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter. Scheiße. Oh, oh, oh. Das ist weiter runter. Oh. 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 Digger. Tschüss. Alswendiger. Oh, oh, Gott. Warte, warte, äh. Mann. Ja, komm, komm. Schlag dich dann weg. Versuche ich. Nein. Kacke. Ja, hab einen. Gut. Tschüss. Nein, 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 war Spaß, war Spaß. Tschüss, 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 tschüss. Hey, hallo. Ey, wie gesagt, ich hab nur ne Freundin, ich will mit dir nicht kuscheln. Ja, komm. Oh, nein. Nein, schau. Ich bin raus. Na gut, Leute. Das war's mit dem Video, das hat euch gefallen. Wer nachschreibt in den Kommentaren, haut rein. Schöne Tag noch. Peace.